Hallo, ich bin Julia. Ich schaue das an, hier sind Spinnets. Was ist denn das, Julia? Ein Spiderman-Motorrad. Ein Spiderman-Motorrad. Und eine Spiderman-Stab. Von Duklo, zwei bis fünf. Das! Was ist denn für fünf? Und elf. Hier oben ist nur elf. Na ja, eins zu eins. Nein, das ist nicht elf. Papi, das ist elf. Das heißt, Mon, das ist genauso groß. Wieso esst du jetzt Gummibärchen? Die lagen hier drauf. Willst du auch ein paar? Nein. Kann ich jetzt auch noch ein paar? Kannst du. Was? Wow. Ich weiß es doch. Das andere wurde zuerst gedacht. Sehr praktisch. Wie kommen die Treppen hierher? Wo kommt das denn noch? Wo ist der denn hier? Genau hier. Der ist hier. Und das ist auch der. Ah. Der ist schon da drauf. Nur mal da machen. Ah, das steht großartig. Und da soll die Treppen liegen. Ach, die kommt nicht da hin. Und die Spinde kommt dann genau hier. Die braucht man nur da hinstellen. Hm? Ach, das? Ich weiß nicht, was das ist. Da drunter. Spindelsteinsau. Spindelsteinsau. Guck mal, Papi, Papi schau mal, Spider-Man, Fabio, und hier oben nehmen wir auch kein Spider-Man, zwei Spadies. Tank. Und? Kannst du das zum Kauf empfehlen? Ja, so. Gefällt dir das? Sehr gut. Danke. Papi, das war heute ein schönes Video. Jetzt kann ich das zweite Video. Okay.